Voll asozial. Ey, Leonardo, wo bist du? Hm? Wo ist jetzt hier Leonardo? Ist doch gar keine Bank oder so. Was ist denn der Scheiß jetzt? Ah, guck mal, vielleicht können wir den... Nein, können wir noch nicht, die sind noch nicht wieder zurück. Jetzt hätte ich ja diesen roten Balken unter den Hitpoints. Apropos, obwohl die sind ziemlich langsam, die Jungs, aber ich nehme einfach mal welche mit, komm her. Vielleicht kommen die mir doch noch irgendwie hinterher. Jo... Hopp. Mhm. Das hat die Borgia das aber einfach so durchgehen lassen, ne? Die komischen Franzosen hier wildern, das ist auch irgendwie merkwürdig, finde ich. Oder stecken die unter einen Hut? Irgendwie schon merkwürdig, wa? Ja. Ja, hier können wir doch bestimmt schön hochklettern, was? Oder auch nicht. Ah, asozial, ja. Sollts auch schießen, ja. Ja. Warum macht der schon wieder nix hier? Der Typ kriegt wieder gar nicht so viel Kette. Das ist ja echt schlimm, das ist ja echt ne Krankheit grad hier. Bam, bam, bam. Jetzt mach mal hier. Du sollst den treten nicht... Äh, dann tritt halt den, ist auch gut, ne? Ah, jetzt langsam läuft der hier wieder. Ja, wenn der denn mal halt hier die, die dritte ausführen würde, die ich den aufertrage. Und warum ist der jetzt schon wieder am Arsch? Oder ist der jetzt noch nicht ganz im Arsch? Ja, ich schneide der gleiche Penis ab, Junge. Ja, kleiner Bug, was? Naja, egal. Dicker schon niedermachen. Schwingen, den auch noch. Ich reiß dir gleich auch die Eingeweide raus. Äh, er soll nicht ständig irgendwelche Mongos hier in Auto-Target nehmen. Das ist echt ne F-Krankheit, ey. Komm her, Dicker schon. Schwingen. Und schwingen, schwingen. So, und jetzt kommt der noch dran. So, und wir haben elf Leute jetzt auf dem Kieker. Kann man die looten? Ja, kann man. Gut. Dann machen wir's direkt mal. Und den hier auch noch. Und den looten wir auch. Und die hier looten wir auch. Und die hier looten wir auch. Kistchen haben wir auch noch. Das können wir auch noch mal hier plündern. Für ein bisschen klein Geld. Schwingen. Schwingen. Und reintreten, treten, treten, treten. Du sollst treten, Junge. Ich weiß gar nicht, warum der hier so viel Damage macht, der Dicke. Jetzt mach ich auch mal ein bisschen Damage hier. Super. Mal den dicken weg schon mal. Einen zumindest. Ja, da ist direkt noch einer. Und... Ja, das kommt hier von total falschem Autotarget, was hier abgeht. Da raste ich echt aus, ey. Und wenn ich blocken sage, dann sollte der auch blocken. Und nicht die Waffe einfach wegstecken. Und auch nicht irgendwelche Wände hochrennen. Jetzt tritt er meine Eier. Also, jetzt... Jetzt gebe ich ihn... Genau. Blocken. Parieren. Irgendwas machen. Und jetzt da eine andere Richtung. Da. Andere Richtung. Nicht stehen bleiben. Sonst drehen. Boah. Störung versagt grad echt wieder aufs Übelste. Das ist echt... Ja, so kurz haben wir es geschafft. Ja, dir reiß ich gleich auch sämtliche Eingeweide aus, Junge. Das war genau jetzt. Irgendwie ist die Verstörung auch grad verdammt träge. Also, ich drück ein paar Mal treten, dann tritt der erstmal. Und in der Zeit hab ich schon längst wieder irgendwie Schlagen gedrückt. Naja. Der macht irgendwie so immer das, was er will und nicht das, was ich will. Und... Naja. Bekanntes Problem, denke ich. So. Looten wir erstmal nochmal alle. Um unsere Vorräte ein bisschen aufzufüllen. Sprechmedizin. Und Kugeln. Und wir sollten unbedingt mal einen Schmied aufsuchen so langsam. Ah, warte mal hier den Laden, ne. Den konnte man irgendwie sogar kaufen sogar, ne. Glaube ich sogar. Irgendwie... Irgendwie wird ging doch her. Ja. Ach, ja. Ach, jetzt funktioniert's auf einmal wieder. Ja, herrlich. Ich seh dich auf dem Boden liegen. Junge. Ist vorbei. Ist aus. Ich bin hier einfach über, ne. Ich schiebe vorn und hinten rein. Wenn ihr nicht kennt, gebt einfach mal bei YouTube fette Ansage ein. Dann wisst ihr Bescheid. So, das Ding würde ich sagen, reparieren wir auch einmal eben hier. Beziehungsweise renovieren es. Und bam. Göttlicher Schimmer. Was geht da? Das kann man jetzt auch irgendwie hier, was auch immer. Da. Lauf. Lauf. Ja. Aha. Es geht wieder. Juhu. Hier geht jetzt auch irgendwas. Das können wir jetzt auch noch. Was ist das denn hier? Dieses Wahrzeichen kaufen. Ja, scheinbar haben wir nicht genug Kohle für den Quatsch. Das ist aber echt schade. Weil... Ich hab keine Ahnung, was das bringt. Aber irgendwie scheinbar ist das super toll. Einen Zettel. Den werden wir direkt auch nochmal von der Wand rupfen. Wo ist denn das Pferd hin schon wieder hin? Warum ist das Pferd weg, wenn ich ein Zettel von da an dreiß? Da hast du dich aus, ey. Ich dachte, ich hab ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Aber das Spiel toppt gerade echt alles wieder. So. Heidi ho. So. Könnte ich auch direkt mal hier diesen Ultra-W hier benutzen. Hm. 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 Witzig hilfreich ist halt gerade hier nicht, ne. Aber gucken wir mal. Hier Kaserne. Ja. Machen wir mal. Oh, da fällt mir gerade ein, ich hab meine Cola im Auto vergessen. Sollte ich vielleicht gleich mal holen. Weil ich hab grad richtig Bock auf Cola, ja. Aber ich denke, hier muss ich gar nicht hin. Ich muss da zu den dämlichen Lager wahrscheinlich. Aber wir können erstmal unsere Assassinen direkt mal wieder auf Knechtschaftstour schicken. Hässliche Taube. Ja. Jawoll. Ordentlich abgecashed hier oder wie. Assass... Nein. Nein. Assassinen. Nein. Boah. Auf ein neues. Assassinen. Hm. Pimpe Bitch. Schön aufrüsten den Kollegen hier. Oh, der hat jetzt sogar ne Knarre schon. Ist ja herrlich. Waffen. Bam. Und... Ihn hier können wir auch noch ein bisschen... Aufrüsten. So. Nächste Nummer. Gucken wir mal hier. Können wir den jetzt mittlerweile schon mit allen drei vielleicht zusammen machen? Jawoll. Machen wir doch einfach mal. Bam. Bam. Boah. Ich hab grad echt nen Durst hier. Ich muss hier vielleicht sogar noch in mein Zimmer was stehen. Mal schauen. Da vorne steht glaub ich was. Ach, da ist sogar noch was drin in der Flasche. Ja. Da geht doch die Sonne auf. Ah. Kaltes, klares Wasser. Mit Kohlensäuber. Jo. Pferdchen würde ich sagen. Was grad außer Wand geschlüpft ist. Warte mal. Können wir irgendwas kaufen, oder? Wiss. Ist durchaus ne Überlegung wert. Ne. renewieren. Renovieren. Aber das hatten wir doch schon gemacht. Ne. Momentan Söldner. Sinds. Alles klar. Ne. Aber so ne Schmiede, ja Junge. Hätte ich gar mal echt Bock drauf. Weil die Rüstung ist grad penetrant am Arsch. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ne. Das ist eher unschön. Wir werden übrigens schon fast wieder gesucht, deswegen reißen wir jetzt auf einmal den Zettel ab. Jetzt hängen die übrigens sogar mal da, wo die wirklich auch Sinn machen. Was, 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 was? Du sollst dich bewegen, hier rumstolpern wie die letzte Schwucht, du Kackwichser. Guck mal, klau auf dein Leben, du scheiß Assassine. So, was nennt sie Assassine, ey? Kannst du dich nicht mal gegen so Bauern da durchsetzen, oder was? Ist ja schon eine harte Nummer, ne? Der Pferd ist natürlich wieder weg, weil wir einen Zettel von der Wand gerupft haben. Jetzt ist es wahrscheinlich auch wieder weg, weil wir eine... Nein, jetzt ist es da, okay. Irgendwie mögen die mich jetzt schon wieder alle nicht, weil, keine Ahnung, habe ich was Schlimmes gemacht? Ich glaube nicht. Ist ja vielleicht diese Truhe geöffnet, aber... Finde ich jetzt gerade nicht so grenzwertig. Vor allem, weil es niemand gesehen hat, denke ich mal. Na, 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 na. Feuer in der Kaserne liegen, Junge. Ich sehe schon, da ist jetzt wieder Leonardo und, ähm... Ich denke, da sollten wir einfach mal vorbeistiefeln. Weil vielleicht klappt es ja jetzt, weil, äh... Wäre schon nicht schlecht. Da können wir übrigens wieder ein Aquädukt scheinbar reparieren. Und acht Stück müssen wir reparieren für irgendwas. Und ich glaube, da... Ich komme ja wahrscheinlich wieder nicht hoch, weil, äh... Keine Ahnung. Na klar. Leck mich doch, äh. Mach gerade echt keinen Spaß hier. Vom Pferd abspringen. Ja, ja, und dann... Was macht der? Warum sitzt der da... Was macht der? Warum? Wirst du bei einem Leonardo hier mal klar machen, ja? Ne, darauf habe ich jetzt aber gerade mal echt überhaupt keinen Bock, ja? Mal null. Und ich weiß auch gar nicht, warum jetzt so ein Lades-Gedöns hier kommen muss, weil ich ja abgelehnt habe und dementsprechend auch nicht das Level irgendwie verlasse oder sich irgendwas ändert, äh. Ich bin doch immer noch in derselben Instanz, von daher. Aber scheinbar machen die einfach mal eine neue auf. Einfach mal so. Einfach mal. Einfach mal ohne Sinn, ja? Was geht denn bei denen hier? Eier aus Messing, hat der gerade gesagt. Wer hat Eier aus Messing? Ich doch nicht, oder? Also übrigens bestimmt sehr, sehr gut für agiles Bewegen, wenn man so eine riesen Gürtelschnalle da hat oder was das da darstellen soll. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. Dann kümmern wir uns jetzt einfach mal erstmal um diese komischen scheiß Franzosen, weil die gehen mir generell auf den Sack. Ich spreche nämlich verdammt seltsam. Das ist noch schlimmer als Italiener, beziehungsweise... Warum sitzt der schon mal so komisch auf seinem scheiß Pferd? Ich will das nicht. Möchte ich nicht. Nein. Einfach nein. Okay.